Halli hallöche meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Mist Survival. Ah ok wir haben etwas Durst. Oh ist das, ich denke immer dass da Nebel kommt. Geh mal rein zum Trinken. Es sind schon Leute beim Trinken gestorben habe ich gehört. Von dem her. So drink until enough. Denk uns gleich. So, ich habe jetzt nicht getrunken bis enough, aber ein Schluck zumindest mal. Gut. Was ich auch noch machen wollte, ist mir noch eingefallen, wie hier. Die ist ja jetzt leer. So, das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier zumachen. Und dass die hier dann noch voll ist. So. Naja gut, was heißt voll? Acht Schuss. Und wir haben insgesamt 9 mm. Sechs Schuss noch hier. Das ist herzlich wenig. Ja, aber solange wie wir noch keine Pfeile herstellen können für den Bogen. Äh ja, müssen wir die halt. Gut, dann nehme ich die aber tatsächlich hier mal mit rein. Die Munition. Die Munition. Und dann äh. Dann haben wir noch eine. Molotow Cocktail. Da haben wir die Schrotflinte. Die Macheten und so kann man ja leider nicht ähm Harvesten. Dann haben wir die Waffe, die Waffe und die Waffe und dann noch den Bogen. Den ich dann als Hauptwaffe eigentlich haben möchte und mich da drauf spezialisieren. Mich da trainieren. Dass ich mit dem Bogen so umgehen kann. Metal Scraps und eine Komponente. 15 Minuten. Dazu brauche ich keins. Gut. Blick lang. Krach krach. Schnabolier. Schnabolier. Schade, dass man die Waffen äh die die Machete und sowas nicht. Ich probiere es nochmal, aber Nope. Tour not found. Harvest. Nein, geht leider. Noch nicht. Aber kommt hoffentlich bald, weil dann könnte man so ein Zeug, was man echt da zwei Stück von jedem übrig lassen. Den Rest äh einschmelzen. Das sollte eigentlich, ja. So, ich lasse mal hier offen. Zwecks der Aussicht. Dann nehme ich mal die Knarre aus der Hand. Brauchen wir im Moment nicht. Wir sind ja hier jetzt gerade nicht irgendwo in Gefahr. Komponenten. 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 Kampapapapapa. So. Ähm. Was willst du haben für für das Ding? 20 Komponenten. Nee. 20 Komponenten. 20 Steine. Komm, weißt du was? Steine fliegen hier überall rum. im wahrsten Sinne des Wortes. Die rollen ja hier teileweise teilweise die Felder und die Berge runter. Sticks brauche ich gerade im Moment keine. Also die kullern hier teilweise echt den Abhang runter, die Steine. Ich renne mal nicht so, dann übersehe ich sie vielleicht auch nicht. Gib ihn mir. Was ist das? Grünzeug. 20 Steine. Mal sehen, ob wir die hier rumfahren haben, aber ich denke mal schon. Hier ist so ein ein Sauhaufen hier überall. Da haben wir zum Beispiel noch welche. Da liegt noch einer rum. Mitten im Weg. Da macht man sich nur die Reifen kaputt beziehungsweise fällt drüber und bricht sich den Haxen. Verstaucht sich den Knöchel. Mit diesen Steinen, die hier rumfliegen. Oh. Ein Reh. Tschüss Reh. Keine Sorge. Unser Essensvorrat ist relativ gut gefüllt. Du hast noch nichts zu befürchten, mein Freund. Nichts zu befürchten, mein Freund. Oh, du armes Reh. Du hast nichts zu befürchten. Im Moment. Im Moment. So. Äh. Mehr suchen, weniger singen. Ne? Wie viel haben wir denn? Acht, neun, zehn. Also, doppelte Menge brauchen wir noch. Weh. Da. Die doppelte Menge. Dann brauche ich auch noch wieder Baumrinde. Baumrinde. Ganz viel Baumrinde. Die können wir uns dann hier weg wegsnacken. Das könnte ich eigentlich mal. Oh, das Ding ist bald kaputt. Egal. Machen wir es mal. Machen wir es mal voll kaputt. Komm, da hole ich hier mal kurz. Bisschen Baumrinde. Für wenn wir das nächste Feuerchen anmachen müssen. Ja, das lohnt sich. Da kommt schon einiges raus. Was ist eigentlich, wenn ich hier so mache? Nix. Das ist nur für die Special Move Funktionen. Na, war es das schon? Ja, das ist nämlich das Gute. Du kannst quasi hier einen Baum fällen und kannst dann den Stamm auch noch hier dahingehend looten. 16 und 16. Okay, das ist doch 17. Das ist doch schon mal was. So, aber wir sind... Ach komm, da mache ich den ja auch noch schnell. Wie gesagt, wenn es Messer dann kaputt ist, wir haben ja noch genug. Wenn ich den Baum dann treffe. Moment mal. Das geht gar nicht weg. Oh. Oh, das geht gar nicht. Das verschwindet gar nicht. Ach, guck mal an. Habt ihr das schon gesehen? Das ist neu. Aber irgendwas anderes ist verschwunden. Die Axt oder irgendwas war dann plötzlich weg. Und das steckt da einfach ein, weil es kaputt ist. das ist ja geil. Und dann kann man es komplett reparieren. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. dass die Sachen nicht einfach plötzlich verschwinden, wenn sie kaputt sind. Sondern das dann halt, ja, ist jetzt kaputt. Kannst du zwar reparieren, aber kannst jetzt nichts mehr aktuell nichts mehr damit machen. Da ist immer noch ein Baumstamm. Und hier ist auch immer noch ein Baumstamm. Warum sind hier so viele Baumstäme? Und so wenig Steine. Hier liegen Steine. Und Beeren. Die Beeren will ich nicht. Nein, ich will deine Beere nicht. Deine giftigen. Ja, nein, giftig sind sie nicht. Oh, oh, mh. Jetzt riecht es nach frischem Brot. Und wahrscheinlich von diesem, äh, von diesen ganzen Baumrinde-Dingern. Nein, ich mach hier grad. Ich mach hier grad frisches Brot. Und das ist jetzt grad, der Brotbackautomat ist jetzt grad am Backen. Fertig mit Kneten, Ruhen und Machen und Tun. Und ist jetzt in der Backphase. Oh, dann. Mh, dann riecht das hier so gut. Weißt du, sonst fliegen dir die Steine vor die Füße, rollen den Abhang runter, purzeln überall rum. Aber nicht, wenn du sie brauchst. Nein, um Himmels Willen. Dann verstecken wir erstmal alle. Dann verstecken wir erstmal alle Steine. Dass er ja keine findet. Da ist ein Huhn, da ist ein Reh. Da ist noch ein Huhn. Hallo, Reh. Ja, da brauch ich jetzt im Moment grad kein, kein Essen. Pass auf, dann komm ich zurück und dann ist alles verfault. Oh nein, mein ganzes Essen ist verfault. Jetzt noch ein Reh. Ah, kschsch. Siehst du, das Reh weiß, wo es raus muss. Das findet den Weg. Ah, hier liegen so viele Steine rum. Die kann ich alle nicht nehmen. Hallo. Haben wir wieder Benzin? Oh ja, wir haben wieder Benzin. Der Sprit ist wieder da. Ach Mensch, gibt's denn das? Habe ich drin noch irgendwo Steine? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in diesem einen, in diesem einen Spind habe ich vielleicht noch ein paar Steine. Ich schau mal rein. Das Landingeräusch kam jetzt ein bisschen sehr verspätet. Oh, ja. Wow. Einen. Äh, 8, 16, 17 haben wir jetzt. Ja. Noch nicht ganz so viel, ne? Habe ich schon mal besser gesehen. Hör mal, wo sind die ganzen Steine hier? Gibt's doch nicht. Da ist einer. Da oben ist noch, sind noch die Samen drin. Die Viecher verhöhnen mich doch. Wie sie da vor mir rum torkeln. Wie sieht's denn aus mit Essen? Können wir uns mal so ein Hähnchen-Ding da reinschmeißen. Ähm, 16, 17, 18, 19. Einen brauchen wir noch. Einen kleinen Steinen. Uno, stono. Stono, storno. Frau Kölnbecher, wir haben Stono an Kasse 4. Ja, ja. Kacke, Zeug. Schon wieder so einer. Ey, hast du Stein? Hör du. Hm. Ich bin gerade voller Schrocken. Wegen dem Baumstamm hier. Äh, da ist kein Stein, verdammt. Äh, einer. Einen, einen, nur einen brauch ich noch. Entschuldigung. Aber ich glaube, wenn ich öfters mal was trinke, macht's die Sache besser. Hab ich so das Gefühl. Dann sind die Stimmbänder, die Stimmbänder sind dann ein bisschen mehr benetzt. sag mal, gib doch mal Stein jetzt hier. Beziehungsweise, sie werden dann noch schlimmer. So, hier ist noch ein Stein. Komm, gib her. Junge, und wir sind Out of Stamina. Stamina. Out of Stamina. Out of Stamina. Trinken noch im Bad. So, wir sind jetzt kein... Bäh. Kann ich noch mal ein bisschen rennen? Komm, lass mich noch ein bisschen rennen. Lass mich noch ein bisschen laufen. Ein bisschen laufen, mein Freund. Dämmlicher. Dämmlicher Zaun. Ach, guck mal, jetzt liegt hier ab. Jetzt liegt hier wieder einer. Und hier wieder einer. Und natürlich hier wieder einer. Ist ja klar. Weil ich war ja weg. Ich war ja weg. So, jetzt ist glaube ich besser. Okay, pass auf. 11 Uhr 58. Hunger und Durst. Dem möchte ich ganz gerne eben schnell Abhilfe schaffen. Nein. So, 44%. Das ist schon ziemlich alt. Würde ich mir mal genehmigen. So. Hat geschmacket. Dann habe ich gesagt, trinke ich nicht von hier, sondern erst mal die hier leer. 0,5. 0,5. Drink until enough. Drink until enough. Dada. Oh, ich kann nicht den Spind sehen. Immer noch 0,1. Ja, okay. So. Müssen wir auch im Auge behalten, dass wir da mit dem Wasser mal. Wut? Stone. Hammer. Hä? Warum? Ich möchte halt sehen, ob es nebelt, ne? So, die 20 Steine sind fertig. Dann brauchen wir die Komponenten. Und, äh, Holz. Holz. Holz müssen wir uns sägen. Bzw. Da haben wir noch 13 Nägel. Das, das ist schon mal gut. Holz haben wir hier gar nichts mehr. So, die 20 Komponenten, da sieht's 8, 16, 17, 18, 19. Natürlich. Sind's nur 19 Komponenten und keine 20. Pass auf. Wo ist er? Ja, der hat ja noch 82%. So. Dann machen wir so das Messer. Tu ich mal. Ne, das lass ich oben. Oben bei den Waffen. Ist es noch hell? Ja. Noch kein Nebel. So, dann tauschen wir hier einmal das Messer aus. Den Hammer habe ich jetzt hier drin. Das Messer kommt auch wieder hier rein, da wo es hingehört. Das kommt da hin. Säge haben wir, äh, vier Steine haben wir übrig und Blätter und so ein Zeug. das sieht hier noch gut aus. Ähm, wo hatte ich? Da nicht. Hier hatte ich die drin. Für Feuerholz. Für das Feuer, für das Feuer. So, die Steine hatte ich hier drin, die tun wir auch da und die Blätter hatten wir auch hier drin. So, zack. Und dann haben wir hier die, die Holzis. Auch wieder drin. Eine Komponente brauchen wir noch. Und um Nägel zu machen, brauchen wir, glaube ich, auch noch Komponenten, ne? Ja, ich glaube, das, äh, ja. Okay. Einmal hinrennen, einmal zurückrennen, sollte funktionieren. So, wo ist er? Auf der zwei. Also, wir machen mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. und da haben wir eine Komponente und noch eine und das da und ein Spiegel und noch eine und eine Flasche. Und wenn wir gerade schon mal hier sind, bleiben wir auch gleich da. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Oh, oh. Hat er noch einmal ausgeholt. Lass das mal. Hat zum Glück nicht getroffen. So, hier haben wir auch wieder Sprit, aber das Spritabzapfgerät haben wir im Auto. Aber komm, weißt du was? Es regnet jetzt. Anscheinend nebelt es noch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Oh, da kommt fettes Riesengewitter. Ich höre es schon. Wieder eine Zigarette, die können wir dann wieder benutzen zum Tauschen. Hier ist auch wieder Sprit drin. Ein Lappen. Sonst keine Komponenten? Nein. Okay, ab nach Hause. Zu nass. Und Stamina ist jetzt natürlich auch weg. Oh, jetzt wird es aber ekelhaft hier. Wie sieht es aus? Habe ich was, das kaputt geht? Von der Nässe? Noch nicht. Aber ich würde gern, bevor ich ganz durchnässt bin, würde ich ganz gern schnell nach Hause. Dann mache ich erst mal die Bretter und die Nägel und so. Ah, so. Bleh. Was ein Sauwetter. Okay, den räumen wir wieder weg. Ja, das geht jetzt gerade wieder richtig ab. So, der kommt hier wieder rein. Dann nehme ich mein Zerhacker wieder rein. Und, ähm, ja, 8, 16, wir, ja, ach nee, halt, das waren die Komponenten, wo wir eh schon in der Tasche hatten. Stimmt. Ich dachte gerade, boah, so viele Komponenten habe ich gekriegt. Ah, siehste mal. Moment mal, ist da jetzt auch Nebel? Ach was. Ich glaube, das ist auch Nebel. Oder? Nee, hier regnet es rein. Bleh. Denn hier ist so nebelig hier drin. Das ist seltsam. Die Zigarette und die Lappen. Die Lappen, die ich nicht mehr brauche. Weil ich schon, ah, ne, obwohl, so viel habe ich noch nicht. Ich dachte, ich hätte schon voll. Das geht ja noch. Das hält sich ja noch in Grenzen. So, Zigarettchen, Gummirein, äh, Flasche kommt runter. Miau. Miau. In die Alkoholverarbeitungsmaschinerie, die noch nicht, äh, existent ist. So. Also, hier haben wir die da. Ah, die da, die da. Die brauchen wir aber nicht, ne? Hallo? Sieht halt echt voll aus wie Nebel, ne? 20. Da brauchen wir keine, keine von den Scraps. So, 8 und 8 sind 16 und 8 und nochmal 6 sind auf jeden Fall mehr als 20. Wie sieht es aus mit den Nägeln? Da brauchen wir für 16 Nägel 1 und 1. Das ist okay. Da haben wir gerade mal noch 1. Dann mache ich hier mal kurz. Ja, genau. Nägel, habe ich gesagt. So, craft yourself. 20 Minuten. Ziehen wir durch. Wunderbar. Das sieht voll aus wie schlimmer Nebel. Machen wir mal so. Okay, sehr gut. Moment mal. Ein Nagel fehlt. Wieso fehlt ein Nagel? Komm, ich mache mal 32 Nägel. Äh, wo sind sie? Hier, die Nägel. 32 sind 40 Minuten. Es wird wieder dunkel. Das ist okay. Brauch ein Feuerzeug. No fire starter found. Da kann man aber auch nicht umändern, ne? Oh, man kann die noch moving. Das ist schön. Äh, ja. Durst und Hunger. Äh, man kann hier nicht split one, split one. Ja, so viel brauche ich glaube ich gar nicht, oder? eigentlich reicht's wahrscheinlich, wenn ich den hier anmach. Ich mach den hier auch noch an. Achso, ich hab ja nur einen gemacht. Ein Streichholz. Nur einen, beziehungsweise nicht nur einen gemacht, sondern nur einen mitgenommen. einen Holz. So. Ja, das reicht eigentlich fast schon, ne? Okay, die 16 Nägel. Wieviel brauchte ich da noch? Einen, ne? Gut, ein Nagel ist drin, dann brauchen wir noch 20 Hölzers. Dazu müssen wir sägen. Das können wir noch machen. Ist ja erst 18 Uhr. Wie, wie das rumzuckelt hier. Komisch. Äh, vorher sollte ich natürlich essen. Es ist schon ein bisschen dunkel jetzt. Hier hatte ich die Nägel drin, ne? Ja. Und hier kommen die Kompis wieder rein. Entschuldigung. Die Kompis, Kompinentis. Komponentis. So. Ach man. Ich mach mal ne kleine Folgenpause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn's wieder heißt. Time to play Missed Survival und ich huste mich jetzt mal richtig aus. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.